cheers mein name ist pinex und herzlich willkommen zu hunt showdown heute mal ein kurzes video wo irgendwie alles komplett eskaliert ist viel spaß damit die frage ob wir einfach nach norden rausgehen oder warten ziemlich sicher spieler ich glaube da zieht sich einer mit schlange mal jemand schnell aufheben ja in die richtung und predicted beinahe in die richtung ok 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 nein blöd man aber das hat weh ist ja verdammt ha 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 durch die wand auf dem dach ne da hinten einer hier allein auf dem dach da kommt noch was ich mache euch alle fertig ja der vorne wurde aufgehoben irgendwas klettert hoch einer ist drin ach ja was zu spät ja omero hand cannon corporal hand cannon vorsicht die tür die tür die tür die tür habe ich aber zugemacht einer drin einer drin einer drin das andere bau und hier hat zwei leute machst du nichts fächern was ich habe beide mit einem schuss gut nee da lebt noch was ambrust ins gesicht da waren jetzt alle teams am ende oder was ja 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 das andere bau und die team kam rüber was ist passiert richtig schön hat richtig spaß war wirklich das war wirklich witzig aber das war einfach ein nie endender strom an gegnern oh god